hallo und herzlich willkommen zurück mein name ist elbow und ich habe es verpasst den fisch zu angeln das ist jetzt nur nicht so schön wir machen ein bisschen vorab die quest vom ein arbeiter die wir jetzt in der letzten folge auch bekommen haben und dementsprechend wenn wir jetzt erst mal die fünf fische angeln die wir auch angeln sollen und dann gucken wir mal wie weit wir hier kommen auch mit der kürzeren folge also das wird jetzt immer wieder wird jetzt eine hoffentlich etwas kürzere folge werden denn ich hatte auch an der letzte folge gesagt dass ich bisschen kürzere folgen versuchen möchte und dafür halt mehr denn der leibwirtschaft simulator geht schon wieder nicht ich weiß auch nicht warum seit dem letzten update funktioniert es nicht und von daher blöd so was sollten wir denn für den einer für ein fisch fangen u war das war nee was wollte denn einer für ein fisch haben ach der wollte gar kein fischer okay ich habe gar nichts gesagt ich glaube die junge dame weiß nicht so wirklich was sie machen soll beim angeln und wo sie ja schon eine ganz große angel hat wir schmeißen mal da rein ins geströp so ein bisschen wir haben jetzt glaube ich auch schon zwei fische gefangen oder oder waren doch schon drei ich bin mir jetzt da gerade gar nicht so sicher irgendwie fangen wir hier auch keine schönen fischer wir haben sogar schon vier gefangen das ist schon eine kleine menge ist mir gar nicht so aufgefallen dass wir jetzt wirklich schon vier fische gefangen hatten oder gefangen haben eher gesagt beluga stör hat sie auch gefangen so wir sollen was sollen wir denn machen durchsuche die gegend nach was wenn wir die so am abend sollen wir uns die docks anschauen erfahren mehr über das 1 sein aber china hat doch auch schon wieder was für uns aber muss ja durch ganze mit laufen neu das machen wir nicht erfahren mehr über das 1 sein gottesanbeterin komm her schade ich habe eigentlich gedacht die gottesanbeterin gibt noch ein bisschen was anderes aber was sollen wir denn suchen das verstehe ich nicht wir sollen noch mehr über das 1 sein rausfinden aber was sollen wir denn da rausfinden oh da ist ein käfer der gibt seite oh ist der schnell drei seite na ist doch besser als gar nichts hm werden wir mal schauen erfahren mehr über das 1 sein kann das sein dass wir noch irgendwie was angeln sollen weil china hatte schon wieder was anderes für uns würde ich sagen wir gucken uns gleich die quest noch mal ein bisschen an ich sehe auch gerade wir haben keinen fokus mehr nein nein äh nee so und die quest wollten wir uns angucken das 1 sein erfahre mehr um das für das über mir erfahre mehr über das 1 sein aber ich weiß nicht genau was damit sagen möchte zack alligator hecht noch mal das verstehe ich nicht ganz abends abends sollen wir auf jeden fall zu den docks also gehen wir jetzt erstmal mit äh suriba sprechen hoch ne wir müssen weiter geradeaus sifu was will die haben hast du gleich interesse an an den edelsten klingen und bögen diesseits des kilima gebirges wir plaudern mit dir wie man hört hast du dich in den taugenden bewiesen ach tugenden herzlichen glückwunsch ich weiß noch dass das keine leichte aufgabe war aber wenn irgendjemand wusste dass du es schaffen kannst dann war ich es weißt du denn dieses 1 sein äh was weißt du über das 1 sein einzigkeit das hört sich nach was galdur geschwitzt an ich verstehe nie was die was die von was die von sich geben ja wir wollen erst mal wissen was du haben möchtest ich weiß es nämlich nicht na also ist das nun mal so ähm nö was kaufen möchten wir nicht hier ist das wirtshaus genau äh gasthaus nicht wirtshaus da div ähm mhm wo ist sie denn die suriks ach so die müsste dann oben sein war bestimmt im zimmer oder sowas suriks so rüber genau Du hast es geschafft. Es ist gut, dich zu sehen. Worüber wolltest du mit mir sprechen? Danke, dass du mir den Gefallen getan hast, in mein Zimmer zu fliehen. Hä? Achso, dass du mir geholfen hast, in mein Zimmer zu fliehen. Gerade als ich ging, sah ich den Ausdruck auf ihrem Gesicht. Und das war genau derselbe wie bei diesen eingebildeten Politikern in der Hauptstadt. Wenn alle Menschen so hilfsbereit sind wie du, wird diese Mission überraschend viel Spaß machen. Schließlich bist du der Hauptgrund für unsere Anwesenheit. Es gab eine Reihe von Diskussionen in der Hauptstadt darüber, was mit dem jüngsten Zustrom deiner Art geschehen soll. Die gute Nachricht ist, dass der Rat beschlossen hat, euch in die Republik aufzunehmen. Die schlechte Nachricht ist, dass unsere Aufzeichnungen zeigen, dass eurem Volk in der fernen Vergangenheit etwas Schreckliches zugestoßen ist. Irgendetwas mit Magie. Die Beschränkungen des Ordens für die Magie sind nicht dazu gedacht, dich für deine Existenz zu bestrafen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Diese Schutzmaßnahmen sollen dir ein langes, sicheres, neues Leben hier in Palia ermöglichen. Leider ist das alles, was wir im Moment verstehen. Ich werde mir jetzt etwas zubereiten, um meinen Magen von dem gehaltvollen Essen zu beruhigen. Ich hoffe, dass du dich mir anschließen wirst. An was arbeitest du? Das ist Kongnie. Mein Lieblingsessen. Reis und Wasser ergeben eine einfache, zuverlässige Mahlzeit, die über jedem Lagerfeuer gekocht werden kann. Jetzt bekommen wir das Kongnie. Cool. Ich reise nie ohne diese Zutaten. Man kann es pur oder mit einer Vielzahl von Toppings essen. Weißt du, meine Ordenskameraden und ich denken, dass die Belege, die jemand auf sein Kongnie gibt, viel über seine Persönlichkeit aussagen. Normalerweise nehme ich meins mit getrockneten Garnelen. Schließlich flutscht es genauso gut wie Reis. Du kannst entscheiden, was das über mich aussagt. Was möchtest du auf deinem drauf haben? Du magst praktische und beständige Dinge wie Trockenwaren. Du bist wirklich entschlossen und kannst überall ein Essen zubereiten. Du hast tiefe Gedanken wie der Ozean, in dem die Kramen leben. Vielleicht magst du auch Krabbe. Das ist eine sehr gute Frage. Aber es hört sich ja eigentlich praktisch an. Reis, Wasser und ein paar Kramen oder Garnelen drauf. Reicht komplett aus. Also nehmen wir das Grüne, die Eins. Du magst praktische und beständige Dinge wie Trockenwaren. Ich glaube, das beschreibt mich ganz gut. Ich mag es lieber, wenn Situationen vorher ersehbar bleiben. Ah, dieser wunderbare Duft. Unser Kongnie ist fertig. Gib mir deine Schüssel. Was möchtest du auf deinem haben? Äh, geschreddertes Schabafleisch. Ich weiß nicht. Knoblauch, Schalotten. Schlicht und einfach knuspriger frittierter Teig. Ein Jahrhundert-Ei. Ne, wir nehmen das mit Fleisch. Eine herzhafte Wahl mit vier Proteinen. Ich sehe, du bist der Typ, der jeden Moment genießt und das Leben in vollen Zügen lebt. Hier bitte. Es ist vielleicht nicht so ausgefallen oder teuer wie Esches Partyessen, aber ich hoffe, du genießt es trotzdem genauso. Schließlich haben wir es zusammen gemacht. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir... Oh, schade, wir haben das nicht bekommen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir für all deine Bemühungen danken. Sowohl auf der Party als auch davor. Es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Und der Orden freut sich auf unsere gemeinsamen Nachforschungen. Sehr coole Sache. Was passiert hier? Werde ich jetzt schon wieder nach Hause geschickt? Ich glaube schon, das hört sich auf jeden Fall so an. Was ist bloß los? Warum? Das kann doch nicht sein. Ich will nicht nach Hause. Aber dann können wir hier gleich nochmal gucken. Ist auf jeden Fall schon was reif, das ist super. Können wir hier einfach mal alles abernten, was geht. Aber hier kann man gar nichts ernten gerade. Na. Einmal alles gießen. Haben wir ein paar Kartoffeln gepflanzt. Sind das Kartoffeln? Ich glaube schon, oder? Ja. Und hier vorne, die müssen wir noch gießen alle. Noch was? Nö. Dann bringen wir das einfach mal alles weg. Die Fische kann ich auch aus Wein lagern. Ah, genau. Haar für Haus. So, dann werden wir hier einfach mal die ganzen Genehmigungen kaufen. Beziehungsweise das Grundstück schon mal. Oh, wir haben eine Windmühle. Genehmigungen, schalten Grundstücke frei und erhöhen das Baulimit um plus zwei. Ah, cool. Aber das sind nicht die Herstellungslizenzen, oder? Okay, mehr können wir nicht bauen. Schade Schokolade. So, Windmühle. Wo ist denn jetzt die Windmühle? Die würde ich schon gerne bauen wollen. Gucken wir uns die doch ganz einfach mal an. Das Problem ist halt auch immer wieder, dass man so viel hier versucht und macht und tut. Und man nimmt sich was vor und man wird schon wieder komplett abgelenkt. Wo ist die Windmühle? Da fehlt uns ein bisschen was hier für die Anrichte zum Beispiel. Also das Holz, genau. Windmühle, wo bist du? Wo ist die Windmühle? Oh. Hm. Kann man das noch nie hergestellt? Genau. Ähm. Die Windmühle scheint nicht da zu sein. Kann doch nicht sein. Warum kann ich die nicht herstellen? Achso, weil uns Seide fährt, okay. Hm. Ich hätte jetzt noch gesagt, dass das hier vielleicht mit den, ähm, Dings zu tun hat. Hier mit den, ähm, Herstellungsteilen. Kannst du mal dafür... Ah, okay. Dass wir dann die Windmühle halt herstellen können und dann bauen. Aber scheint ja nicht so der Fall gewesen zu sein, leider. Was ist hier drin? Ah, genau, Seide. Wollen wir mal herstellen. Zack. Das müsste so noch passen. Was waren denn jetzt die Quests? War das Z? Z? Nee, Shep, wollen wir alles nicht. Genau. Zu Tamala wollen wir. Eins sein. Genau. Zu Paket sein fahren. Und dann passt das auch. So. Wir gehen jetzt, äh, irgendwo hin und machen irgendwas. Nachdem wir wieder nach Hause geschickt wurden. Das ist halt immer nicht ganz so cool. Genau. Jetzt gehen wir mal mit, äh, Gina sprechen. Weil Gina wollte ja irgendwas von uns. Vielleicht ist es ja auch das, was wir rausfinden sollen, über, äh, das Eins sein rausfinden. Denn, als wir das ja angenommen haben, die Quest ist ja sofort Gina aufgetaucht mit dem, äh, Fragezeichen. Deswegen wird das schon ganz cool, wenn wir da... Ähm... Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, Gina ist genau da aufgetaucht. Und am Abend sollen wir uns ja dann noch den Dings angucken, den, äh, Teich. Beziehungsweise an den Docks. Oh, das werden wir dann auch gleich noch machen. Wenn wir fertig sind mit Gina. Dann gucken wir mal. Schau, Mama. Hm. Bin ich natürlich wieder ein bisschen falsch gelaufen. Aber man kommt ja zum Glück trotzdem rüber. Ach, da läuft Gina. Ich wollte jetzt hochlaufen zu dem Dings. Gucken wir mal. Tut mir leid, wenn ich dich anstarre. Das ist nur... ...mein... ...nur Teil meines Forschungsprozesses. Wir plaudern erstmal mit ihr. Ich liebe Pilze. Wusstest du das schon, dass jede Religion in... ...äh, jede Region in Palia ihre ganz eigene typische Pilzart hat? Ja, das stimmt. Deshalb versuche ich auf meinen Reisen immer regionale Pilze zu finden. Pilze sind so etwas wie archäologische... ...äh, wie die Archäologie des Essens. Was weißt du über das Einssein? Du hast also mit einer gesprochen. Das Einssein ist... ...wie soll ich das sagen? Das Gefühl, dass du das Leben lebst. Dass du leben sollst. Das Gefühl, dass du das Leben lebst. Dass du leben sollst. Dass du deine Bestimmung erfüllst. Weißt du, im Gegensatz zu Menschen und Magiri... ...wurden Galdurus... ...Galdurus... ...Galdurs... ...für einen bestimmten Zweck gebaut. Und diesen Zweck zu erfüllen, macht sie zufrieden. Und unter uns gesagt, ich finde, dass sie damit ziemlich Glück haben. Manchmal wünsche ich... ...kaum zu glauben, dass ich die Gelehrte bin. ...die ihre Abschlussarbeit über die Auferstehung der Menschen schreibt. Nicht wahr? Das ist cool. Was weißt du über das Einssein? Also hast du mit einer gesprochen? Ja, ja. Das wissen wir. Ja. Manchmal wünsche ich, ich hätte ein Einssein. Archäologie... ...nicht dein Einssein. Ist Archäologie nicht dein Einssein? Achso, okay. Äh, ja... ...mir auch. Hä? Achso, ich wünsche mir auch das Einssein. Genau. Ist Archäologie nicht dein Einssein? Nein, Archäologie ist nicht mein Einssein. Sie ist mein Weg. Da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Galdurs erhalten schon bei ihrer Erschaffung das Wissen über ihr Einssein. Sie ist ein wesentlicher Teil ihres... Ich hab's übersprungen. Staats? Standes? Irgendwie sowas in der Drehung? Status? Majiri werden ohne Weg geboren. Wir entscheiden uns für einen, wenn wir volljährig werden. Und natürlich gibt es dem Leben einen Sinn, wenn man einem Weg folgt. Aber das Problem bei allen Entscheidungen ist, dass es immer möglich ist, die falsche Entscheidung zu treffen. Ich wollte irgendwas und dann ging das schon wieder weg. Was ist denn das? Tut mir leid, wenn ich dich anstarre. Das ist ein... Hä? Ja? Ja, wünsche ich mir auch. Verkaufe dich nicht unter Wert, Mensch. Du bist voll entwickelt in einer heiligen Ruine erwacht. Wenn das nicht nach göttlicher Bestimmung schreit, dann weiß ich auch nicht. Das Göttliche war aber natürlich nie wirklich mein Fachgebiet. Dein Aussehen könnte also einfach ein Produkt des zufälligen Chaos sein. Ich habe vergessen, dass ich wieder zu essen habe. Okay. Na, dann haben wir das ja schon so gut hingekriegt. Das war eine echt schwierige Geburt. Ich habe auch aus dem Gespräch so fast gar nichts mitgenommen, weil es einfach so verwirrend war. Aber so ist das nun mal. So, jetzt gehen wir nochmal schnell zu einer, beziehungsweise zu den Docks. Wir sind ja auch gleich da vorne, also von daher alles gut. Liegt hier vorne was? Ja, ein Stein. Das sah nämlich gerade so ein bisschen komisch aus. Ich höre hier schon wieder was. Ganz leise. Nee, du bist es nicht. Dann ist komisch. Schau dir die Docks am Abend an. Wir haben ja Abend. Ah, okay, einer will, möchte. Möchte mit uns reden. Wie ist dein Befinden? Ich würde liebend gerne mehr über deine Gefühle erfahren. Gefühle in Erfahrung zu bringen, ist eines meiner vielen Eins-Seins. Mir geht es ziemlich gut. Das ist gut. Freude erzeugt gegen Freude. Du sollst deine Freude an andere weitergeben. Ich habe deine Bitte erfüllt. Hast du dein Eins-Sein erfahren? Ich fand sie im Gespräch mit Leuten. Ich habe sie beim Angeln gefunden. Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich habe sie gefunden, als ich deinen Ausdruck bewunderte. Ich fand sie im Gespräch mit anderen Leuten. Wir haben ein gemeinsames Eins-Sein. Wie schön. Bitte nimm zur Feier unseres gemeinsamen Eins-Seins diese Fische, die ich gefangen habe. Falls dir kein Name für sie einfallen, wie wäre es dann mit Jill? Okay. Cool. Jetzt haben wir fünf Fische bekommen. Warum? Ne, zehn Fische. Kilimawels und Scharlachrotakoi. Okay. Dann haben wir halt ein bisschen was bekommen. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns dann gleich, beziehungsweise morgen wieder. Und da werden wir dann wirklich dann diesmal zu Najuma und Tamala gehen. Und dann gucken wir uns das ganz einfach mal an, was die bei ihnen zu sagen haben. Wir sehen uns und ciao, kakao. Das ist mal. Gut. Dann gucken wir uns.